Hallo und herzlich Willkommen zurück im X-Universum. Sagt mal, wieso stehen meine Koffer hier draußen? Könnte die... Hallo, könnte mal jemand meine Koffer ins Schiff bringen? Wäre jemand mal dazu in der Lager hier? Anscheinend nicht. Gut, wir haben einiges vor. Ich bin mal gespannt, ob wir das mit dem Reparieren hinbekommen. Aber wir werden uns jetzt erstmal in den Weltraum begeben. Hoppsa! Elster, Verteidiger. So, wo geht's denn hier raus? Von hier sieht's gut aus. Boost? Ein bisschen risikobehaftet, aber okay. So, jetzt müssen wir schauen. Reparieren, ne? Also, jetzt sind wir schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Das ist schon mal ein Wort, ne? So, wir reparieren... Satelliten. Das müssen wir aber hinbekommen mit unserem Raumanzug, oder? Ich denke schon. Ich hab mal wieder ein bisschen für mehr Farbentiefe gesorgt. Ich glaub, das ist so besser. Auch wenn ich's immer ein bisschen entzettigter mag. Aber für das hier... Ich glaub, für das ist es eigentlich besser, wenn man ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Farbentiefe... Was ich noch nicht so richtig... rausgefunden hab, ne? Ist das bei den Highways, ne? Wie man da am besten aufsetzt. Das ist noch nicht so das Ideole. Also, da... Da gibt's noch... Da gibt's echt noch... Verbesserungsbedarf. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Ja, das ist ja auch, weil... In meinem Dialekt... Da wäre das T nicht so... Betont. Und dann kann ich mir vorstellen... Äh... Dass hier die... Sprachsteuerung des Computers... Das ist ja auch manchmal nicht... Versteht, ne? Erreiche... Iannamosura 7. Wood. Iannamos Wood. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Der war immer noch im Reisemodus, ne? Wahnsinn. Das heißt hier... Iannamosura. Das ist ein anderes System irgendwie, oder? Kann das sein, dass das keine... Hab ich mal gesagt Telvani? Das sind... Teladi meine ich ja, ne? Irgendwann habe ich, glaube ich, mal gesagt... Telvani. Aber das ist ja... Im Ältest-Krolls-Universum, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen, ob hier Satelliten sind. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Da werden wir mal ganz sanft... Zu dem Satelliten... Ah, ich sehe schon. Das ist schon der Satelliten... Achso, es sind mehrere Satelliten, ne? Vielleicht... Oh. Boost. Das ist immer... Das ist immer schon so... So weit vor. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Das ist immer schon so weit vor. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Das ist natürlich klar. So. Auf geht's. So, wir fliegen jetzt in die Nähe... Achso, wir hätten vielleicht... Vielleicht ist ja im anderen System auch noch einer gewesen, ne? Na gut. Wir fliegen mal so nah wie möglich, damit wir nicht zu... Haben wir uns eigentlich so eine Raumbeschleunigungs-Dingsbums gebaut? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, hoffentlich klaut niemand unser Raumschiff. Okay. 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 Ähm... Was war jetzt eigentlich... Ähm... Ähm... Wieso... Wieso... Wieso geht... Wieso geht er... Wieso geht er nicht? Also... Wieso geht er nicht immer? Moment. Reparatur-Laser? Ah. Wir haben die kaputt gemacht. Okay, kaputt machen sollten wir es nicht. Landeerlaubnis? Undockerlaubnis erteilt. Jetzt müssen wir nur wieder anständig reinkommen. Das ist gar nicht so einfach, sollte ich euch. Nein! Nicht nur unser Raumschiff kaputt machen. Ich wechsle die Kästen. Wenn wir dann mal ein größeres Raumschiff haben, denkt ihr? Dann können wir auch mit einem kleineren in ein größeres Raumschiff? Ja, natürlich cool, oder? Ju, so, einen haben wir. Äh, Moment. Hier. So, dich haben wir. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Dann die nächsten. Das ist ja... Was kriegt man da an? Eine Lackierung? Hm. Na, warum nicht? Anständige Lackierung ist schon was wert. Obwohl, Geld wäre mir lieber. Hm. Oder Ausrüstungsteile, ne? Ausrüstungsteile sind natürlich super. Sind dort hinten für... Sprungpunkte. Antimaterie-Wandler. Ach so, dann müssen wir doch wieder zurückspringen. Schaut her. Oder irgendwo anders hinspringen oder verlassen. Ach, Antimaterie waren wir da nicht in so einer Antimaterie. Ja, aber nicht hier, ne? Hm. So, bereithalten. Anschnallen. Wir werden gleich sprengen. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Das kann sogar ein bisschen zu früh gewesen sein. Dann machen wir einfach noch einen Nachbrenner reinhauen. Gut, ist... Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Aber wo wir das letzte Mal rausgekommen sind, ne? Da hat man noch Fullspeed drauf, ne? Hm. Und... Sp... 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 Erreiche... Yannamosura 4. Da gibt es ja auch mehrere Yanamosuras. Achso, das ist wieder innerhalb. Hm, ich verstehe. Reisemodus aktivieren. Wir schauen uns dann mal das System an. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Vielleicht ein bisschen früh, ne? Ah, es geht. Nochmal zweimal vielleicht einen Nachbrenner rein oder einmal zu können. Wenn überhaupt. Nachbrenner? Boost? Boost? Bitter vorbeigezirkelt. Müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Oh, vor allen Dingen, wir drehen uns wie eine alte Mama. So, ich denke, das ist hier ideal. So, jetzt wollte ich hier hinten raus. Reicht nicht, ne? Das ist noch ein bisschen heim. Achso, da haben wir's. Gute Arbeit. Perfekt. Gute Arbeit. Was? Zweimal gute Arbeit? Ne, mach zweimal Geld. Wo ist eigentlich unser... Gute Arbeit. Landeerlaubnis? Undockerlaubnis erteilt. Undockerlaubnis erteilt. Jetzt kommt er echt gut. Können sogar ein bisschen den Speed erhöht. Haben wir jetzt mehrfach Geld bekommen? Ah! Hätte ich noch nie den Speed erhöht. Ich drehe mich hier jedes Mal... Ich muss doch hier einfach nur raus. Missionen. Missionen. 331.000? 331.000? Wir haben aber gar kein Geld eigentlich bekommen. War das noch vom letzten Mal? Hatten wir so viel? Echt? Hm. Wir haben auf alle Fälle alle Missionen. Achso, wir wollten ja dann zu unserer Struktur mal hin, damit wir schauen. Ob das mit dem Dock ginge oder nicht. Das würde mich jetzt echt mal interessieren noch. In der Folge. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Also, wisst ihr, das würde mich echt und dringend mal interessieren. Achso, wir wollten ja mal Karte. Karte. Deine Karte wird aufgerufen. Karte. Aber das gehört noch... Sektor Irasa Sumora. Teladi. Okay, das gehört immer noch zum Teladi-Unternehmen. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Reisemodus. Sagen wir, war das vorher nicht kürzer? Reisemodus. Ah. Was ist denn jetzt? Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Das ist doch viel kürzer hier. Reisemodus aktivieren. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. 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 Vielleicht, weil wir dann auf dem Highway drauf kommen. Und das schaffen wir dann nicht, oder? Denkt ihr? Datenbank-Universum. Nachdem die Argonen fast von den Terraformern im Terraformer-Konflikt ausgelöscht worden waren, und folglich aus dem Nichts eine neue Zivilisation aufbauen mussten, breiteten sie sich viel langsamer im Sprung-Tor-Netzwerk aus als die ersten terranischen Siedler. Reisemodus. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. 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 Wenn wir nur einfach hier drauf gehen. Boost. Boost. Trotzdem noch ein bisschen weit weg, ne? Ja, freilich. Na klar. Ist ja logisch. Sind zu weit weg, ne? Na klar. Probier noch einmal. Boost. Boost. Oh Gott. Reisemodus aktivieren. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Reisemodus. Unterschätzt man, ne? Die Entfernung unterschätzt man enorm. Reisemodus. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Ja, enorm. Kriegen wir hin? Kein Problem. Ja, die Frage ist jetzt wirklich... Wie... Wie rum? Nee, wir müssen... Nein, wir müssen wirklich da drüben drauf. Und dann richten... Doch, doch, die fliegen schon. Die fliegen in die richtige Richtung. Das passt schon. Jetzt müssen wir nur noch richtig aufsetzen. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wären wir in der Zeit... Wo wir jetzt hierher sind... Nicht wahrscheinlich, sondern ganz... Sondern zu 1000%. Wo wir jetzt hierher geflogen sind... Hätten wir dreimal mit dem Reisetriebwerken... Wären wir dorthin gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte auch noch mal das Aufsetzen hier probieren. Jetzt ging es, ne? Perfect. Ein bisschen aufpassen, dass wir vorne... Runde gehen. Jetzt. Wir werden uns mal nicht mit dem anlegen, ne? Reisemodus aktivieren. Reisemodus... Der fliegt auch in die Richtung. Aha. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus... Wahrscheinlich werden wir ihn wieder treffen. Den kleinen kriminellen Schmuggler. Oder was das ist. Das wissen sie ja nicht. Ich stehe ja nur immer krimineller dort, ne? Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Leuchtendes Versprechen. Das sind aber schöne Namen, ne? Muss man echt mal sagen. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir den Dockbereich bauen können. Ich glaube eher nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie. Davon abgesehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man den baut. Außenansicht. Ja, hier müssten wir halt ein bisschen drum rumzählen können. Das wäre ganz super. Das ist so schade, dass es nicht geht. Oder vielleicht geht's und ich weiß es nicht. Ich meine, es ist schon mal schön, dass es eine Außenansicht gibt, aber... Und auch bei Star Citizen haben die das so kompliziert gemacht. Da muss man... Achtung. Da muss man hier raus. Dann muss man Y. Dann muss man die Maus. Und... Verrückt. Warum macht man das so kompliziert? Warum geht das nicht einfach? Rechte Mausklick und gut ist. Standardansicht. Verstehe das nicht. Ich verstehe nicht. Das ist für mich zu hoch. Warum wir hier nicht eine anständige... Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Da ist ja wieder unser Kleinkrimineller. Warum wir das nicht einfach... macht der Außenansicht und dann kommen wir mit entweder Maus oder mit Joystick drumherum. Also, so ein Case. Ja, das ist echt ein Case, sag ich euch. Boost. 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 So, dann müssen wir wieder anständig aufsetzen. Also, wir haben hier Linksverkehr. Ist das richtig? Ne, hier ist wieder Rechtsverkehr, oder? Ja, hier ist Rechtsverkehr. Aber war es vorhin nicht Linksverkehr? Ganz verrückt. Manchmal ist Linksverkehr, dann wieder Rechtsverkehr. Boost. So, wir setzen jetzt ganz zart auf. Oder auch nicht. Das ist was, was mich... Das ist was, was mich echt... Das ist nicht echt. Muss man da mit Null aufsetzen, oder? Das könnte sein, ne? Dass man mit Null aufsetzt. Sobald man ein bisschen Geschwindigkeit drauf bekommt, geht's vielleicht. Und, puch. Musst man hier rein? Erreiche System. Dreieinigkeit. Sind wir noch richtig? Ich hoffe es. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Hm. Wenn man so durchkommt, ist das natürlich auch schön. Patsch! In den nächsten Reihen. Erreiche System. Frommer Nebel. Achtung, in 10. Jetzt. So, jetzt bin ich jetzt spannend. Also, ich glaube noch nicht, dass es geht. Reisemodus aktivieren. Achso, wir müssen Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Wir sind immer noch nicht dort, wo wir hin müssen. Wir müssen durch noch einen Sprung dort durch. Wahnsinn. In Nopeläus Glück. Waren wir dort echt? Wieso habe ich das andere... Verstehe ich es nicht. Objekt aufschalten? Ne, das will ich. Objekt aufschalten. Dann will ich das nächste dran. Komisch. Jetzt ist er am richtigen. Was ist denn das überhaupt für nach? Ich glaube, in Nopeläus Glück war es gar. Ich denke, das sind wir dann richtig. Wisst ihr das? Ich denke, dort ist dann unser... Und diese Station oder was immer das ist. Was bauen wir denn da so richtig auf eigentlich? Einen eigenen Hangar. Das wäre natürlich super. So ein richtig eigenes Imperium. Ein Kurierimperium. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Ein Kurierunternehmen. Was weltweit, also universumweit, agieren kann. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihre Fahrt rauskennen. Wir stoppen gar nicht. Wir haben die Gugelware entdeckt. Achso. Werfen Sie Ihre Gugelware sofort ab. Und... Bam. Erreiche System. Nopeläus Glück. Oh Gott. Ach, profitabler Handel. Boost. Wo wir überall hin müssen. Boost. Boost. Na gut. Wir bekommen ja dann auch Schiffe, die um einige schneller sind. Das muss man natürlich auch bedenken. Und vielleicht auch einen besseren Reisemodus und so weiter haben. Wir haben ja wirklich das Billigste der billigen Schiffe, was wir uns haben leisten können. Boost. 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 Erreiche System. Profitabler Handel. So, ich glaube, da ist es mir jetzt richtig. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Die Folge war heute gekennzeichnet vom Reisen. Achso. Ach, schaut hin. Das ist ja schön. Die nennen das gleich Kurierdienst Tag und Nacht. Na gut. Nennen sie wahrscheinlich alle unsere Stationen. Können wir die Stationen dann eigentlich... Ach, im Besitz von, ja. Können wir die Stationen dann eigentlich umbenennen? Die wollen wir natürlich umbenennen. Wenn das dann unsere wäre. Na, jetzt bin ich ja gespannt, weil ich habe keine Ahnung, wie man einen Dock-Bereich baut. Wahrscheinlich geht es gar nicht, sag ich euch. Vielleicht hätten wir doch irgendwas anderes kaufen sollen. Aber ich wüsste gar nicht, wie man das baut. Müssen wir da zu den Modulen... Oder müssen wir das gleich... Können wir das hier irgendwo ransetzen? Auf alle Fälle ist es strategisch eigentlich ganz gut in einem Asteroidengürtel gelegen. Ist der Erkenntnis nicht zu... Ist natürlich für uns auch dann schwierig heranzukommen, aber für andere eben auch, ne? Was ist denn dort noch für eine Station? War das die... Handelsstation? Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwie war da noch, wüsste nicht, ne? Ja, ne, das ist ja... Das hat aber nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie man baut. Wenn es zu lang wird, ähm... Dann versuche ich allein, das alles zu finden, ne? Probieren Sie das mal zusammen, wie immer. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus... Das wäre dann... Wäre das hier das... 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 Das Dock? Ja, nicht wirklich, oder? Bauplanen... Dockstation bräuchten wir. Konstruktionsschiff haben wir doch auch nicht. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Dockmodule. Einfach. Machen erst mal ein ganz einfaches... Ein Konstruktionsschiff zuweisen. Ja, wir haben kein Konstruktionsschiff. Okay. Ja, okay. Wir brauchen... Wir brauchen ein Konstruktionsschiff. Das hätte uns ja auch mal jemand sagen können. Steht es mit dort? Missionen? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit da steht. Da steht gar nichts von dem Konstruktionsschiff, das wir das brauchen. Ich meine... Okay. Ich verstehe... Das mit da vielleicht selbst drauf kommen könnte. Vielleicht. Eventuell. Hm. Price-Tumping. Was ist denn das hier? Schürfarbeit. Aber... Hm. Interesting. Ach so. Karte. Karte. Deine Karte wird ausgerufen. Okay, 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 okay. Teladiumgießerei. Fliegen wir mal kurz zur Teladiumgießerei. Um dann dort zu landen. Okay, dann ziehe ich es ein. Also wir brauchen ein Konstruktionsschiff. Das ist aber nicht so einfach. Reisermodus aktivieren. Und vor allen Dingen brauchen wir Geld. Reisemodus aktivieren. Reisemodus aktivieren. Reisemodus. Diesmal hat er aber lang gebraucht. Freund, du hast ja die ganze Zeit, hast du super verstanden mich. Oh. Reisemodus deaktivieren. Reisemodus. Der hat irgendjemand den Asteroiden zerlegt, ne? Oh, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Wollte ich nicht. Boost? Zu früh. Boost? Oh, der hat wieder ein. Wo war denn hier die... Ich glaube, ich sehe es schon. Schauen wir trotzdem mal, ob es vielleicht noch eine Mission gibt, er will landen. Obwohl wir könnten auch erst landen. Und dann schauen wir... Wir müssen sowieso jetzt Schluss machen. Das ist ja nichts. Schauen wir mal, ob wir hier schon eine Landeerlaubnis bekommen. Landeerlaubnis. Stopp diesen Kriminellen. Landeerlaubnis. Andockung nicht möglich. Komisch, manchmal geht es, manchmal nicht, ne? Landeerlaubnis. Andockung nicht möglich. Ach komm, ist ja nicht so. Landeerlaubnis. Andockung nicht möglich. Oder haben wir... Warte jetzt mal. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Objekt aufschalten. Objekt aufschalten. Landeerlaubnis. Landeerlaubnis. Aha. Andockung nicht möglich. Dann hat er ein anderes, ne? Na gut. Dann war es doch, das Richtige hat es schon gehabt. Aber komischerweise... Ging's halt nicht. Nice one. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Thanks. A lot. Hier ist ganz schön was los. Merkt man schon wieder. die Frame-Rate. Sind ein paar Raumschiffe wieder hier, ne? Die landen und sterben. Aber wie gesagt, das hat keinerlei... Ist völlig wurscht, ob ich viele mache oder wenige mache. Ob ich ganz niedrig die Grafik einschlemmen mache. Oder ist immer ein Ruckeln mit drauf. Jetzt nicht immer, na? Aber halt immer öfter. Ist halt blöd. Oder was hältst du dazu, mein Freund? Satzungsmitglied. So, ja, äh... Missionen. Missionen. Das ist wahrscheinlich wieder keine. Torwache. Moment. Ja, nehmen wir... Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Wir müssten dann mal schauen, dass wir wieder Satelliten bekommen, ne? Aber wir haben ja noch einige. Also ist es nicht. Sehr schön. Hallo. Keine... Keine Anmachversuche, Jo. Jede Menge Drohnen, ne? Die hier rumwuseln. So, ich sag ciao für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, ciao.